Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir in Frage, wer die besten Sänger des 20. Jahrhunderts waren. Die besten Sänger des 20. Jahrhunderts waren Freddie Mercury, Michael Jackson, Elvis Presley und John Lennon. Doch wer von denen vielen war der beste? Es geht heute noch um wer von den vielen der beste Sänger des 20. Jahrhunderts war. John Lennon, Michael Jackson, Freddie Mercury oder Elvis Presley. In Google steht, dass Michael Jackson die meisten Tonträger verkauft hat und einer der erfolgreichsten Sänger aller Zeiten ist. Und über John Lennon steht, dass er ein britischer Musiker war und viel erreicht hat und viele Tonträger hatte, viele verkaufte Tonträger. Doch Freddie Mercury war einer der bedeutendsten Sängern, Rocksängern des 1970er und 1980er Jahre. Doch Elvis Presley ist der beste Sänger des 20. Jahrhunderts, der wichtigste Vertreter der Popkultur und des 20. Jahrhunderts. Das heißt, Elvis Presley war der beste Sänger des 20. Jahrhunderts. Und dann ist das Thema vorbei. Bis zum nächsten Video. Bis dann, was auch immer ich mache. Tschüss.